In die Falle gelockt. Hallo Sebastian, der Kollege, der das extrem wichtige Interview mit Bosshaus führen soll, ist verhindert. Du musst das jetzt für ihn übernehmen. Durch die Hölle geschickt. Das läuft in die Falle gerückt. Der Tag läuft völlig aus dem Ruder. Um plötzlich den Himmel auf Erden zu erleben. Die extremste Show im neuen Jahr. The Big Surprise. Donnerstag, 15. Januar. ProSieben.